Was du brauchst, um Menschen für dich zu gewinnen, egal ob in beruflichen Situationen oder in privaten Situationen, das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Sicherlich hast du das schon mal erlebt, dass du eine Person getroffen hast, wo du dir gedacht hast, Mensch, ich weiß auch nicht, aber irgendwie werde ich mit der Person nicht so richtig warm. Und vielleicht war es ja sogar so schlimm, dass sich so eine eiskalte Stimmung zwischen euch beiden aufgebaut hat und du hast dich gefragt, warum ist das eigentlich so? Beziehungsweise, wie schaffst du es in der Situation, das Ganze aufzulösen und doch noch eine Beziehung zu der Person aufzubauen? Drehen wir es doch dazu einfach mal komplett rum, denn du hast sehr wahrscheinlich auch schon mal eine Person kennengelernt, wo du sofort das Gefühl gehabt hast, dass du dieser Person vertrauen kannst. Wo du sofort gemerkt hast, da ist irgendwas, was euch miteinander verbindet. Um herauszufinden, was das gewesen ist, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, zu welchen Menschen fühlst du dich grundsätzlich eher hingezogen? Sind das Menschen, mit denen du sehr viele Gemeinsamkeiten hast? Menschen, die toll finden, was du tust? Menschen, die die Dinge ähnlich sehen? Oder sind das Menschen, die ganz anders sind als du? Menschen, die vielleicht meinen, du müsstest doch alles ganz anders machen und alles an dir kritisieren? Es sind die Gemeinsamkeiten. Wir alle sind gerne mit Menschen zusammen, die uns ähnlich sind und unsere Interessen teilen. Das bedeutet, Gemeinsamkeiten sind die Grundlage für eine Beziehung. Und dabei ist das Ganze egal, ob das eine berufliche Beziehung ist oder eine private Beziehung. Die Grundlage bilden immer die Gemeinsamkeiten. Ich gebe dir dazu ein Beispiel, wenn du eine Person triffst und du feststellst, dass ihr irgendwie die gleiche Meinung habt, die gleichen Interessen habt, dann werdet ihr es sehr leicht haben, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Habt ihr sofort etwas, wo ihr beide miteinander drüber sprechen könnt. Genau das Gleiche, wenn ihr den gleichen Beruf habt, das gleiche Hobby habt. Genau aus diesem Grund gibt es auch Vereine, gibt es Clubs, weil genau dort treffen sich mehrere Menschen, die alles eins gemeinsam haben, nämlich die gleichen Interessen. Vielleicht auch die gleichen Hobbys oder den gleichen Beruf, aufgrund dessen es genau diesen Club oder diese Vereinigung eben gibt. Doch manchmal sind diese Gemeinsamkeiten gar nicht so bewusst. Gar nicht so, dass wir sie sofort wahrnehmen, zumindest bewusst wahrnehmen, denn sie sind dann auf einer ganz unbewussten Ebene. Das ist dann der Fall, wenn zwei Menschen sich zum Beispiel sehr ähnlich verhalten, indem sie zum Beispiel die gleiche Sprechweise haben. Wenn du jemand bist, der sehr schnell spricht und auf jemanden triffst, der ganz langsam und ruhig spricht, dann kommst du dir vielleicht irgendwann so ein bisschen vor und sagst dir so ein bisschen komisch vor und denkst dir so, komm endlich zum Punkt, weil du ja selber jemand bist, der sehr schnell spricht. Das heißt, da habt ihr eher einen Unterschied. Wenn die Person aber genauso schnell spricht wie du, dann wirst du sofort eine gewisse Sympathie zu dieser Person spüren, ihr habt sofort eine unbewusste Gemeinsamkeit und es wird euch eher leicht fallen, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Manchmal ist es aber auch vielleicht eher so ein Gefühl, was ihr miteinander gemeinsam habt. Wenn zwei Personen zum Beispiel beide voller Freude sind, aber es ist ganz egal, woher diese Freude genau kommt, also was der Auslöser dafür gewesen ist, auch dann werden diese Personen, wenn sie aufeinander treffen, es sehr leicht haben, miteinander eine Beziehung aufzubauen. Bedeutet also, Gemeinsamkeiten sind die Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung und da bist es ganz egal, dass es im beruflichen oder privaten Kontext ist. Kommen wir also nochmal zurück auf die Situation vom Anfang. Nämlich dann, wenn du eine Person kennenlernst, wo du eher erstmal denkst, boah, da fällt es mir jetzt irgendwie schwer, deine Beziehung zu der Person aufzubauen. Du merkst, es wird irgendwie immer schwieriger und schwieriger. Also, was machen die meisten Personen in genau dieser Situation falsch? Sie konzentrieren sich auf die Unterschiede. Sie finden immer mehr Dinge, die sie an dieser Person eigentlich stören. Das kann die Meinung sein, das kann die Art und Weise sein, ganz egal was. Sie finden immer mehr Dinge, wo sie sich sagen, oh, das mag ich überhaupt nicht, das ist gar nicht meins. Sie haben den Fokus komplett auf den Unterschieden. Wenn du genau das veränderst, dich nämlich auf die Gemeinsamkeiten konzentrierst, wirst du feststellen, dass es dir sehr leicht fallen wird, eine Beziehung zu der Person aufzubauen. Deswegen mach ab sofort immer Folgendes. Immer dann, wenn du zu jemandem eine Beziehung aufbauen willst, eine Person für dich gewinnen willst, dann finde mindestens eine Gemeinsamkeit. Noch besser mehrere. Und dann konzentriere dich darauf und dann schaffst du es auch ganz leicht, eine Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib den ganzen einen Daumen nach oben oder schreib es unten in die Kommentare hinein. Ansonsten abonniere diesen Kanal, damit du auch kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.